Um den ökologischen Landbau in Baden-Württemberg weiter voranzubringen, schreibt das Ministerium für ländlichen Raum drei weitere Biomusterregionen aus. Ein wesentlicher Bestandteil einer solchen Biomusterregion sei die Förderung des Absatzes von Bioprodukten. Die Vermarktung und Vernetzung innerhalb der Regionen sei ein wichtiges Element zur nachhaltigen Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus und stärke außerdem die Wertschöpfungskette. Bisher gibt es in Baden-Württemberg bereits neun Biomusterregionen. Die Bewerbungskonzepte für die Ausschreibung können bis zum 20. November 2020 beim Ministerium eingereicht werden. Mehr Informationen finden Sie bei uns auf der rtf1 Homepage.